Prozent weil ich schaue Moment wartet man schnell so, jetzt bin ich da da Dude Yeah Au Ja, okay Dirty Also mir gefällt das Spiel auf jeden Fall Einmal durchmetzeln, das macht Fun Das kann ich jetzt schon mal sagen Ich kann es ja nochmal versuchen Ob die da hochzuschmeißen Aber ich tue mir ja immer selber weh Ja Jo Okay Sollen wir den jetzt weiter hochzuschmeißen Komm her Schnecki Komm, komm Komm Oh, oh, jetzt tue ich mich selber Na, Gott sei Dank Habt ihr diesen Schlag gesehen Wie wunderschön der war Lass es mal weitergehen Hui Also ich find's ja alles sehr gemütlich Das ist ja noch rein Doppelsprung Ich komme da nicht hoch Manu Jetzt komme ich da nicht hoch Jetzt komme ich da nicht hoch Äh Äh, ja Okay Dann werden wir wahrscheinlich bei diesem Spiel Also bei dem Sprung hier Ganz spiellang fest Ähm, hängen Weil ich hier nicht hochkomme Jetzt sage mal Muss ich da hochkommen Kann ja nicht wahr sein Oh Ah Der Kliniker hat's geschafft Die goldenen Kugeln Neue Gegenstand gefunden Okay Hier wird bestimmt wieder gekämpft, oder? Was ist denn das? Ähm Ja Eine Statue Verbesserungen Fertigkeiten Mein Schwert und meine Wäffeln Was gibt's denn für Fertigkeiten? Sprung Muss man schnell husten Leid Okay, bin wir da Äh, ja Schaut ja alles sehr begeisternd aus Und wie kann ich meine Waffen verbessern? Aha Todesspirale Zweimal Pause, dreimal Habe ich aber Punkte? Irgendwas verbessere ich? Ah, okay Ja, ich bin auch ein blindes Huhn Ein Verbesserungspunkt Rollett Trieb Das ist eine Stachel Oh Ich werde jetzt einfach mal Mh Den Luftwirbel Genau Habe ich ihn jetzt verbessert? Ja Okay Ich sehe Lass es mal weitergehen Äh Ist das mal ein Dankeschön Wie ist denn da die Lange Sehr schön Wichtige Neuigkeiten Wir sehen Aufnahmen von unserem Helikopter Steve Ich kann nicht fassen, was ich da sehe Ich kann nicht fassen, was ich da sehe Ein Riesenrad Ah Ah Kleine Fex Ah Jetzt habe ich ja nicht wieder auf Style Beim Mantel So wie sich das gehört Zack Boah Boah Kleine Fex Sau Perfekt Auseinanderschneiden Zu fetzen Habe ich eigentlich schon mal gesagt Wie schön der aussieht Oh Ausweichen Oh Eine Hand Wie unglaublich schön Muss ich denn Da rein Ja Muss ich Jetzt bin ich an einem Haus drinnen Scheiße Das ist hier Larvenviecher Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Auch Scheiße Ach Wenn es ein Erschreckmoment war War das schlecht Oh ja Geil Oh Äh Ne Da muss ich nicht lang Eine Tonne Ich habe keinen Kupferschlüssel Verdammt Da brauche ich einen Kupferschlüssel Aber wo finde ich einen Hm Das ist hier die Frage Dün 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 Schau dich die wunderschönen Hackfresser an Hey komm zurück Nee du kannst gerne da bleiben wo du bist Verrackt Hm Da will sie sich stacheln Wieso gehen die zu mir Finde ich ungerecht Äh ja Überhaupt nicht verrückt Fällig normal Passiert bei mir zu Hause auch oft Hm Muss ich hier Hier muss ich nicht lang Ah Eine verlorene Seele Das hat hier Boah ich dachte schon dass der jetzt da oben hockt Alter Das hat mich schon etwas erschreckt So Denken wir mal weiter Zack Ja genau Hab ich es nicht schon am Anfang gesagt Keine Ahnung Mit Trick Wo Ah da Mit Trick Achso ja Steht doch überhaupt Das ist klasse Ja was auch immer Ja was auch immer Ist sehr sympathisch Oh Ich weiß ich Dieses Dinger da Sind gefährlich Hab ich das richtig erlebt Oh ja Die zerfetzen Keine Ahnung Bin ich zu fern Oder bleib ich zu fern Hm Wenn man sollte ich mich Geschäfte nicht nähern Woopala Real Mäzeln Also ich mach das jetzt quasi Das Let's Play Erstens Ja War ja klar Ist halt auch zu einfach gewesen Ach man Ach muss ich da drüber springen Sagt mir das halt jemand Also ähm Oh entschuldige Der Horn ist entspannt Da ist aber eine Statue Lass mich da mal hin Darf ich wohl hin Also da kann ich aber endlich meinen Satz mal sagen Unglaublich Ähm Kleiner Lebensstern Hm Also ich hab das Let's Play gemacht Weil Recording bei mir ja nicht funktioniert Irgendein Schmarrn Das sagt dann immer Also es startet Aber es Startet eben nicht Wenn man's beenden will Beendet es auch nicht Ist also total zu kotzen Ähm Verbessern Deswegen hab ich mich einfach Für das hier entschieden Weil ich es einfach cool find Aha Erhöhter Schaden Querschießen Hab ich jetzt nicht gesehen Nochmal bitte Hä Regensturm Aber das ist natürlich cool Ah das nehm ich Schaut ja nicht cool aus Ach Lass mich mal vorbei Hier Unglaublich Jetzt geht ja der ganze Park kaputt Frechheit Ich wollte auch noch mit dem Riesenrad fahren Aber der ist ja das erste kaputt gegangen Mein Gott haben wir's bald Oh ja toll Clowns Also gut Tschuldigung Hus Okay bin wieder da Aua Feuer Der Jeja Der Jeja Oh oh ausweich ihn Oh, unser erster Boss, schätze ich mal. Sehr schön. Schön auf die Fresse, gell? Ja. Schön in unserem Regen. Yeah. Schön drauf, Metzl. Das ist aber ganz schön einfach für den Boss. Ja, wahrscheinlich überbringe ich ihn noch nicht um. Ich werde schon abholen wie eine Pussy. Äh, Hilfe. So, jetzt bin ich auf die Fresse. So wie sich das gehört. Ah, ich schlag lieber. Macht mir mehr Spaß. Komm, jetzt hab ich ihn bald. Du kriegst mich nicht. Tut mir echt leid. Mich gibt's nicht umsonst. Da. Jetzt komm. Aus und vorbei. Sohn des Sparda. Was ist mein Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben. Wie deine Hurenmutter. Hurenmutter. Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. Ich kenne meine Mutter. Ich kenne meine Mutter. Ich kenne meine Mutter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.